und herzlich willkommen zu einer weiteren runde von donkey kong 64 ja ich wollte jetzt mal hier runter springen und bin total mit dem falschen glaube ich untergesprungen anscheinend oder auch nicht schau mal hier eröffnet sich was eröffnet sich was high voltage gibt es glaube ich bestimmt die zweite oder irgendwas anderes gibt es hier irgendwie fernseher so haben wir den netz hier in diesem schönen guten fernseher anzubieten ok hallo fernsehen online checking starting out of production jetzt geht der mittel turm los oder mittel turm wir haben was zu tun noch noch einiges hier zu tun sicher ich glaube eines der längsten level die man oder die wir jetzt momentan haben er fährt hoch ja da sind keine ahnung und eine banana für fast nix tun ist natürlich auch nett aber was ich wirklich vorab ist den boss schon zu machen wo wir noch nicht alles geschafft haben weil ich auch ich weiß gar nicht nur eine gute stunde schon stunden haben wir schon aufgenommen ja und ich möchte langsam machen gut finden und das finden wir auf jeden fall damit den boss zu machen was natürlich teilen die glaube ich sein wird glaube ich mal das war 85 bananen das ist auf jeden fall ein guter schwung ebba jetzt schau ich mal hier okay ihr müsst ihr das auf jeden fall oder zeigt auf jeden fall an ich glaube er hat auch schon so viele er hat 80 stücke okay aber damit genug wo wir das auf jeden fall für das auf jeden fall dass ich schon die letzten 35 jahre es ist das hier schweinchen voll ist und hab kommt fast an auch nicht ganz wegen hier rein und dann über ich glaube teilen die müsste dran sein die 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 hatte ich hatte ich die die schon die die war der drache genau tiny hat ihn noch nicht die muss jetzt ankommen ja da ist voll ja oder die dacht einigen und lenkt immer davor schon wir machen das wenn es tun wenn der verein gehen jolo ich hätte vorher noch zweimal selten weil okay okay ist immer gut was ist das denn okay okay reject eine zaubertruhe okay die bleibt aber nicht so klein und und oh mein gott so dass sie machen dann bin ich jetzt gerade wieder fragt muss man da oh mein gott nein alter schwede was ist das denn für komischer boss ich bin gerade ein bisschen planlos bei dem ich habe ich habe Oh nein, es ist Nein, nein, war es Okay Ich glaube, ich muss den Ich muss ein bisschen rumspringen Und dann schauen, bis er sich hinsetzt Und dann das Feld sucht Aua Ah, da hinten wäre es gewohnt Shit Aber es ist ein bisschen strange, der Boss, muss ich euch sagen Ja, ein bisschen komisch Ich glaube, das ist falsch gewesen Ja, anscheinend Ah Verstehe den Sinn, der Center Und es ist Donald Duck, eindeutig Wurde Sinn Kommt, da stehen Das ist natürlich mies, dass der so weit weg war Oh nein Falle ich eigentlich Leben der ganze Zeit durch? Ich würde das fallen Ich würde das fallen Ich würde das schon richtig ausrasten Ich würde das richtig ausrasten Mal verweis Oh man Okay, ich verstehe ihn aber mittlerweile Das heißt Ich glaube, wir brauchen noch ein Ja Das schaffe ich nicht Ne Okay, wir verlieren aber auch kein Leben dadurch Das ist schon ganz gut Das war's Deswegen Ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich Beim Boss nochmal Aber wir wissen jetzt wie es mittlerweile geht Deswegen Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich